Heute wieder ein Streifen aus unserer Western-Reihe. Alte Filme, tolle Typen. Der Mann der Woche diesmal ist Henry Fonda. Er spielt Frank James, den coolen Bruder von Jesse James. Auf Liebesszenen müssen Sie in diesem Film leider verzichten, denn als der Film entstand, lebte die echte Witwe von Frank James noch und die drohte mit Klage, falls ihr toter Mann als schwere Nöter dargestellt werden sollte. Ehrlich gesagt, Liebesszenen braucht in dem Film sowieso kein Mensch. Hier ist Rache für Jesse James, jetzt in ZDF Kultur.